Hallo ihr Lieben, ich bin Vedi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die heutige Yoga-Einheit, die ich für euch vorbereitet habe, trägt den Titel Stretch and Flow und wie es der Name schon verrät, geht es heute darum, den Körper zu dehnen und zeitgleich den Flow-Gedanken aufzugreifen. Wir kombinieren also fließende Elemente mit sehr intensiven Dehnungen. Es erwartet euch also eine intensive, kreative und innovative Yoga-Praxis, denn wir werden heute Übungen machen, die ihr so bis jetzt noch gar nicht von meinem YouTube-Kanal kennt. Als Hilfsmittel empfehle ich für heute einen Yoga-Klotz, so ein Exemplar hier. Ist eine sinnvolle Anschaffung, günstig, nimmt wenig Platz weg und ist dafür super hilfreich. Also wenn ihr Yoga praktiziert, schaut mal, dass ihr euch so einen Klotz anlegt. Und ansonsten würde ich sagen, schnappt euch eure Yoga-Matte und lasst uns beginnen. Viel Spaß! Wir beginnen in der Haltung des Kindes. Die Knie gern mattenbreit auseinander, den Oberkörper und die Stirnschwärmboden abgelegt, die Arme zeigen lang nach vorn. Schließ die Augen und schenk dir drei tiefe Atemzüge, um anzukommen. Atme tief ein, füll die Lungen komplett. Atme vollständig aus, werde ganz leer. Atme tief ein, nimm neue Energie auf. Atme aus, lass alles Alte, alle Sorgen los. Aus, noch einmal so, tief einatmen und ausatmen. Wunderbar. Dann roll von hier aus auf und komme direkt in den Vierfüßlerstand. Hände schulterbreit, Knie unter den Hüften ausgerichtet. Atme ein, komm ins geführte Hohlkreuz, nimm die Schultern zurück, blickleicht heben. Atme aus, komm in den Katzenbuckel, saug den Nabel ein, mach den Rücken ganz rund. Noch zweimal so, einatmen, Hohlkreuz, erheb dein Herz. Ausatmen, Katzenbuckel ganz rund werden. Letztes Mal, einatmen, öffnen. Und ausatmen, ganz rund werden, den Kopf hängen lassen. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerader Rücken. Von hier aus, stell nun deinen rechten Fuß einmal nach hinten auf und schiebe aktiv durch die rechte Ferse nach hinten, sodass du eine richtig gute Dehnung in deiner rechten Wade spürst. Deine Hüften bleiben auf einer Linie ausgerichtet. Rechte Hüfte tendenziell etwas mehr nach unten Richtung Boden schieben. Hier nochmal tief einatmen. Einatmen und ausatmen, aktiv nach hinten durch die rechte Ferse schieben. Sehr gut. Dann die Seiten wechseln, nimm dein rechtes Bein zurück, den linken Fuß lang nach hinten aufstellen und aktiv durch die linke Ferse nach hinten schieben. Spür die Dehnung in deiner linken Wade. Die Hüftknochen bleiben auf einer Linie. Der Bauch ist fest und deine Arme sind ganz stark. Noch einen Atemzug, tief ein und aus. Nochmal mehr durch die linke Ferse nach hinten schieben. Sehr gut. Dann bring dein linkes Knie zurück, komm in die Ausgangsposition in den Vierfüßlerstand. Weiter geht's. Stell deinen rechten Fuß jetzt seitlich quer hinter deinen linken auf. Dreh für mehr Stabilität deinen linken Unterschenkel etwas mehr nach außen und dann heb deinen rechten Arm und öffne dich. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung zieh dich der rechte Arm nach oben, lehn dich zur rechten Seite, nimm den linken Arm mit. Wir wollen nun etwas freier fließen. Mit der Einatmung kreis deinen linken Arm über vorne zurück zum Boden, heb den rechten Arm. Mit der Ausatmung kreis über vorne zurück, öffne dich nach rechts. Weiter so. Einatmen, komm zur linken Seite, lehn dich zurück. Ausatmen, ausatmen, über vorne nach rechts. Noch zweimal. Einatmen, komm zur linken Seite, öffnen. Ausatmen, rüber nach rechts. Letztes Mal. Einatmen, öffne dich großzügig. Und ausatmen, rüber nach rechts. Achtung, atme ein hier. Und mit der Ausatmung komm zurück in die Ausgangsposition, in den Vierfüßlerstand. Dann wechsel die Seiten. Stell deinen linken Fuß seitlich quer hinter deine rechten auf. Dreh den rechten Unterschenkel etwas mehr nach außen. Dann heb den linken Arm für die Seitbalance auf der anderen Seite. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung zieh dich der linke Arm nach oben. Lehn dich rüber zur linken Seite. Nimm den rechten Arm mit. Spür die Dehnung in deiner rechten Flanke. Und dann lass uns auch hier wieder fließen. Du kennst die Abfolge. Mit der Einatmung kreis über vorne. Nimm den linken Arm mit. Öffne dich. Mit der Ausatmung komm zurück. Lehn dich nach links. Ein, kreis über vorne. Öffnen, heb dein Herz. Ausatmen, zurück. Noch zweimal so ganz genüsslich. Einatmen, öffnen. Lehn dich leicht zurück. Ausatmen, zieh rüber nach links. Letztes Mal ganz genüsslich. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, zurück. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung finde den Weg zurück in den neutralen Vierfüßlerstand. Sehr gut. Im Vierfüßler einmal ganz genau die Ausrichtung korrigieren und die Fußrücken in einer Linie mit den Waden ausrichten. Dann beug die Beine und komm in den Fersensitz. Wir wollen nun unseren Fußspann etwas aufdehnen. Dafür heb dein rechtes Knie und greife es mit deiner rechten Hand. Bleib vor einem Atemzug hier. Tief ein. Und aus. Und dann wechsel die Seiten. Linkes Knie heben und mit der linken Hand greifen. Auch hier einen ganz bewussten Atemzug. Tief ein. Und aus. Knie wieder lösen. Die Fingerkuppen hinter dir aufstellen. Und für einen kurzen Moment beide Knie von der Matte lösen. Kurz halten. Lehn dich zurück. Und dann das Ganze wieder auflösen. Dann bring die Hände nach vorn. Stülp die Füße um. Und schieb dich in den herabschauenden Hund. Bring direkt Bewegung rein. Beginne auf der Stelle zu laufen. Schieb die Fersen abwechselnd Richtung Boden. Und dann schau gern nach links. Schau nach rechts. Mach intuitiv die Bewegung, die sich für dich jetzt gut anfühlt. Aber behalte dabei unbedingt deine Länge im Rücken. Spür die Dehnung in der gesamten Rückseite deines Körpers. Sehr gut. Dann pendel dich langsam wieder ein. Und roll mit der nächsten Einatmung nach vorne in die schiefe Ebene. Halte. Mit der Ausatmung senk über die Knie oder ganz am Boden ab. Atme ein. Roll die Schultern zurück. Heb den Oberkörper. Kleine Kobra. Atme aus. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Wir machen direkt weiter. Atme ein. Heb dein rechtes Bein. Atme aus. Rechts Schritt nach vorn zwischen die Hände. Rechtes Knie über dem rechten Sprunggelenk. Linke Ferse gehoben. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung streck dein rechtes Bein. Noch dreimal so. Einatmen. Beugen. Lange Rücken. Schultern zurück. Ausatmen. Strecken. Lehn dich nach vorn über dein rechtes Bein. Einbeugen. Blick leicht heben. Ausatmen. Strecken. Rechte Hüfte mehr zurücknehmen. Noch einmal so. Einatmen. Beugen. Und ausatmen. Strecken. Achtung. Es wird spannend. Nächste Einatmung. Rechtes Bein beugen. Und mit der Ausatmung wollen wir in Skandasana. Hierfür rechtes Bein strecken. Zeitgleich die linke Fußspitze nach außen drehen. Und dein linkes Bein beugen. Bring die Hände vors Herz. Super. Es ist ein bisschen so wie ein halber Yogi-Squat. Ein halbes Malasana. Dann stell die linke Hand vor dir auf. Heb den rechten Arm. Und öffne dich großzügig. Atme tief ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung komm auf die andere Seite von Skandasana. Rechtes Bein gebeugt. Linkes Bein ausgestreckt. Die linken Zehen ziehen aktiv zu dir ran. Bring die Hände vors Herz. Und auch hier nochmal tief ein. Und ausatmen. Dann löst du das Ganze wieder auf. Komm in die Ausgangsposition in deinen Ausfallschritt. Fingerspitzen aufgestellt. Einatmen hier. Ausatmen. Rechtes Bein strecken. Linke Hand oder die linke Schulter zum Boden bringen. Optional auf deinen Klotz. Und dann den rechten Arm heben für dein gedrehtes Dreieck. Parivrita Trikonasana. Tief einatmen. Und ausatmen. Und dann dein rechtes Bein wieder beugen. Den Klotz beiseite nehmen. Hand zum Boden. Und gut zuhören. Okay. Komm jetzt auf die linke Fußaußenkante. Dreh den rechten Fuß mit. Heb den rechten Arm. Nimm dein rechtes Bein mit. Halte. Seitballons. Und dann stell deinen rechten Fuß ganz langsam und kontrolliert rechts außerhalb der Matte hinter dir auf. Gesäß zum Boden. Hand dazu. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung Becken heben und den rechten Arm über vorne nach oben für dein Wild Thing. Deine Rockstar Pose. Öffne dein Herz. Und schenke dir dein schönstes Lächeln. Sehr gut. Großartig. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung finde deinen Weg zurück in den dreibeinigen Hund. Rechtes Bein in der Luft. Wir fließen durch ein dreibeiniges Vinyasa. Einrollen nach vorne. Einrollen nach vorne. Und schiefe Ebene. Rechtes Bein in der Luft. Aus. Arme beugen. Chaturanga. Einatmen hier. Ein aufschauender Hund. Ein aufschauender Hund. Aus. Herabschauender Hund. Atme tief. Atme tief durch die Nase ein. Atme aus. Atme aus. Bein beugen. Ausatmen. 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 Hebe den linken Arm und öffne dich Richtung Himmel. Atme tief ein. Atme tief ein. Atme tief ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung wechsel die Seiten. Skandasana links. rechtes Bein gestreckt, linkes Bein gebeugt, Zehen, Zehen zu dir ran, Ballen und Ferse schieben von dir weg. Spür die Dehnung vor allem in deinen Adduktoren auf der rechten Seite. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung komm in die Ausgangsposition, in den Ausfallschritt Hände aufgestellt. Einatmen. Ausatmen. Streck dein linkes Bein. Wenn du magst, nimm deinen Klotz unter die rechte Hand oder bring sie zum Boden. Und dann öffne dich zur linken Seite für Parivrita Trikonasana. Dein gedrehtes Dreieck. Tief einatmen. Und ausatmen. Bring Ruhe und Gelassenheit rein. Es wird wieder spannend. Beug dein linkes Bein. Leg den Klotz zur Seite. Bring die Hand zum Boden. Dann komm auf die rechte Fußaußenkante. Dreh den linken Fuß mit. Und heb dein gebeugtes linkes Bein. So wie deinen linken Arm. Finde hier zunächst Stabilität und Balance. Und dann den linken Fuß hinter dir aufstellen. Gesäß und Hand zum Boden. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung Becken heben und den linken Arm über vorne nach oben aufdrehen. Für Wild Thing. Zeig dich der Welt. Und mit der Ausatmung finde deinen ganz persönlichen Weg zurück in den dreibeinigen Hund. Linkes Bein in der Luft. Vinyasa. Einatmen. Dreibeinige schiefe Ebene. Ausatmen. Senk ab Chaturanga. Ein. Aufschauender Hund. Aus. Herabschauender Hund. Tief einatmen. Und ausatmen. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung lauf mit deinen Füßen nach vorne durch und komm ins Sitzen. Der muskulär anstrengende Teil ist geschafft. Öffne die Beine zur rechten und linken Seite und finde hier in einem breiten Grätsch-Sitz. Zieh dein Gesäß nach hinten und oben raus, sodass du deine Sitzbeinhöcker am Boden spürst und sich dein Becken gut aufrichten kann. Flex die Füße. Zieh die Zehen zu dir ran. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung wandere mit deinen Fingern nach vorn und lass deinen Oberkörper Richtung Boden sinken. Wenn du in einem beweglichen Körper wohnst, dann beug gerne deine Arme und lass deine Unterarme zum Boden sinken. Oder bring vielleicht sogar deine Stirn zum Boden oder auf deine gestapelten Hände. Du kannst dir auch sehr gerne deinen Klotz zu Hilfe nehmen, um deinen Kopf darauf abzulegen. Finde hier deine ganz persönliche und individuelle Haltung und achte bitte darauf, dass dein Rücken ganz lang bleibt und du vor allem deinen oberen Rücken nicht rundest. Ich sage es immer wieder und wiederhole es auch heute gern nochmal. Es geht nicht ansatzweise darum, der beweglichste Mensch auf Erden zu werden und möglichst tief in eine Asana zu sinken. Vielmehr geht es um die Annahme der eigenen körperlichen Grenzen und darum, den Fokus von außen nach innen zu lenken. Du bist genau da, wo du sein sollst. Ganz egal, wo alle anderen sind. Das, was zählt, passiert auf deiner eigenen Matte. In deinem eigenen Leben. Dann richte dich langsam wieder auf. Und stelle für die nächste Übung deinen linken Fuß auf. Und greif mit deiner rechten Hand dein linkes Schienbein. Atme ein, heb den linken Arm nach oben, öffne dich nach links. Und mit der Ausatmung zieh den linken Arm lang rüber Richtung rechten Fuß und öffne dich mehr Richtung Himmel. Wenn die Flexibilität da ist, kannst du gerne einen Schritt weiter gehen und probieren, mit deiner linken Hand deinen rechten Fuß zu greifen und deine rechte Schulter von innen gegen deine rechten Oberschenkel zu pressen, um dich daraus noch mehr zu öffnen. Wenn du das alles zu intensiv bist, dann lass einfach dein linkes Knie zum Boden sinken, bring den linken Fuß an den rechten Oberschenkel und komm hier in einen ganz sanften Side-Stretch. Ich blende diese Variante gerne ein. Bleib noch zwei Atemzüge hier, ganz für dich. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Und dann richte dich langsam wieder auf. Und wechsel die Seiten. Streck dein linkes Bein aus. Stell deinen rechten Fuß auf oder klappe für die Alternative dein Knie direkt zum Boden. Dann atme ein, heb deinen rechten Arm, dreh dich auf nach rechts. Und mit der Ausatmung zieh den rechten Arm lang rüber zur linken Seite. Und dann öffne dich im Meer, indem du die rechte Schulter tendenziell mehr nach hinten nimmst und die linke nach vorn. Wenn du tiefer gehen möchtest, dann fühle dich ganz frei, genau das zu tun. Und greife mit deiner rechten Hand deinen linken Fuß, bring die Schulter innen an den linken Oberschenkel. Egal in welcher Variante du bist, bleibe noch zwei Atemzüge. Sei achtsam und schau, wie weit du heute gehen kannst. Achte immer darauf, frei und tief atmen zu können. Denn unser Atem ist unser ehrlichster Lehrer. Sehr gut. Dann richte dich hier langsam wieder auf. Stell die Füße auf. Dreh dich einmal zur rechten Seite. Atme in die Länge der Wirbelsäule ein. Und in die Rotation zur rechten Seite aus. Andere Seite. Einatmen Mitte. Ausatmung, Drehung nach links. Ein, schick die Scheitelkrone nach oben Richtung Decke. Aus, dreh sanft auf zur linken Seite. Dann komm zurück zur Mitte. Und für unsere letzte Übung. Kreuz die Unterschenkel etwas weiter vor dir. Und zwar den rechten über den linken. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung wandere mit den Händen nach vorn. Lass den Kopf hängen. Wenn du kannst, bring die Unterarme zum Boden. Erlaub deinem Körper ganz schwer zu werden. Und dann spür die Dehnung in deinen Hüften, in deinen Beinrückseiten, im Gesäß, sowie im unteren Rücken. Lass den Atem ganz frei fließen. Lass alles los, was dich festhält. Noch ein Atemzug hier. Und dann richte dich langsam wieder auf. Wechsel die Seiten. Bring den linken Unterschenkel über den rechten. Und zwar so ein gutes Stück vor dir. Es ist kein Schneidersitz. Und dann wandere auch hier mit deinen Händen nach vorn. Lass den Kopf hängen. Nimm die Dehnung auf dieser Seite wahr. Spür mal, wo sie anfängt. Welchen Weg sie geht. Und wo sie deinen Körper wieder verlässt. Atme in die Enge des Körpers. Kreiere Platz und Raum von innen. Spann die Finger. Lass die Oberarme und Unterarme ganz schwer werden. Noch ein Atemzug hier. Und dann richte dich langsam wieder auf. Und finde von hier den Weg in Rückenlage. Wenn du das Bedürfnis hast, dreh dich hier einmal zur rechten und linken Seite. Einfach eine liegende Drehung deiner Wahl. So wie du sie gerne praktizierst. Und dann fülle zurück. In Rückenlage öffne die Beine hüftbreit oder breiter. Die Arme liegen bequem zu beiden Seiten. Schließ die Augen. Und gönn dir diesen unglaublich wichtigen Teil deiner Yoga-Praxis, um wirklich ganzheitlich und nachhaltig davon zu profitieren. Gönn dir deine Schlussentspannung. Dein Shavasana. Dein Shavasana. Dein Shavasana. Dein Shavasana. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beginn die Finger zu bewegen, die Handgelenke zu kreisen Bewege die Füße, die Zehen, kreis die Fußgelenke Dann bring die Arme lang nach hinten über den Kopf, streck und regel dich, geh n Mach jetzt die Bewegung, die sich für dich gut anfühlt, die Bewegung, die du brauchst, um zurückzukommen Und wenn du so weit bist, dann finde deinen Weg über eine Seite ins Sitzen Kreuz die Beine für den Schneidersitz Bring die Hände vors Herz Senk den Blick Und bedanke dich in erster Linie bei dir selbst, dass du heute deine Matte ausgerollt und dir Zeit für deine Yoga-Praxis genommen hast Und auch wenn dir die heutige Praxis Grenzen aufgezeigt hat Erinnere dich stets daran, dass es die innere Haltung ist, die dir Kraft und Zuversicht für jede noch so schwere Situation sowohl auf der Matte als auch in deinem Leben gibt Ich nehme die Herausforderung des Lebens dankend an und wachse daran Ich nehme die Herausforderung des Lebens dankend an und wachse daran Vielen Dank Namaste Ich nehme die Herausforderung des Lebens dankend an und wachse daran